Live von der Toilette des Rhein-Energie-Stadions. Juli Potoski! Ja! Du Frau! Oh, Dankeschön, Dankeschön! Guten Tag, die Herren. Neuer Service hier. Momentan steht der 1. FC Köln unter großem Druck. So, der 1. FC Köln. Oh, übles Foul! Ganz böses Foul von Dorsch. Also, ja, hier sitze ich und arbeite. Achtung, da kommt 10, noch mal reingegeben. Girassi! Und? Ja! 1-1, 1-1! Nie mehr! Zweite Liga! Alleine hier oder mit Frauen? Mit Frauen. Ja, sehr vernünftig. Ihr dürft ruhig singen da während des Pinkeln. Das sind auch nur wieder Zentimeter. Oh, Rudelbildung! Hier bei uns am Waschbecken. So, was mit dir? Spielst du Fußball? Du spielst ja selber Fußball? Ne, ist auch besser. 1-1 für das schnellere Foto machen und... Ja! Danke, Jungs! Geht die Mannschaft anfeuern, das ist wichtiger. So, und jetzt ist das Spiel aus. 1-1 zwischen Köln und Heidenheim. Und ich... Am Feierabend!